Hallo und herzlich willkommen bei den Ernstnecks. Schön, dass du wieder reinschaust. Heute geht es um das Thema Variable, Term und Gleichung. Wie hängen diese drei Sachen zusammen? Was ist der Unterschied? Und wie gehe ich vor allen Dingen mit Variablen, Termen und Gleichungen um? Viel Spaß dabei! Das Thema kommt ungefähr in der siebten, achten Klasse allmählich auf, wird halt eben immer komplexer. Eine Variable kann verschiedene andere Werte annehmen. Manchmal unendlich viele, manchmal nur einen, manchmal auch gar keinen. Der Term ist ein mathematischer Ausdruck, der aber jetzt noch nicht irgendwie ein Ergebnis haben muss. Die Gleichung, da steckt ja schon gleich drin. Das ist ein Term, der ein Ergebnis hat. Eine Variable kann im Prinzip alles Mögliche sein. Das kann ein X sein, das kann ein Herz sein, das kann ein Smiley sein, das kann ein A, ein B, ein C sein. Also wenn ihr irgendwelche Formeln lernt, dann versteift euch nicht darauf, dass die Variable immer A oder B oder X sein muss. Das kann auch alles Mögliche andere sein. Bei einem Term, das kann etwas sein mit Variablen, kann auch etwas sein ohne Variablen. Also zum Beispiel 3 plus 4, 2X plus 3Y, da habt ihr sogar zwei Variablen oder 7 mal 2. Und bei einer Gleichung, da habt ihr halt eben überall das Gleichheitszeichen. Wie gehe ich mit einem Term um? Ein Term kann ich vereinfachen. Manchmal kann ich ihn auch ausrechnen. In dem Fall jetzt hier von meinem Beispiel kann ich ihn halt eben nur vereinfachen. Da muss ich hingehen und muss sagen, so, ich habe hier X, X und Y, Y. Die könnt ihr nicht zusammenfassen. Aber ihr könnt die X und die Y getrennt zusammenfassen. Das heißt also, ihr geht hin und sagt, ich habe also 2X minus X plus 3Y plus 2Y. Und jetzt kann ich das eine und das andere zusammenfassen. Damit komme ich also raus, 2X minus X sind X plus 3Y plus 2Y sind 5Y. Weiter geht es nicht. Ich sehe leider immer wieder, dass Schüler hingehen und dann nochmal versuchen, daraus zum Beispiel 5XY zu machen. Das geht natürlich nicht. Also ihr müsst an dem Punkt sagen, okay, weiter kann ich es nicht vereinfachen. Gleichungen kann ich auch weiterverarbeiten. Die kann ich nämlich auflösen. Kennt ihr mit dem Operatorstrich. Das heißt, ihr nehmt erstmal plus 3 weg. Wir wollen ja im Prinzip, dass das X alleine steht und dass ich dann den Wert von X rausbekomme. Das heißt also, ich rechne erstmal minus 3, dann habe ich hier 6X gleich 24. Und jetzt, weil hier ein Mal steht, teile ich durch 6 und dann kommt dann raus X ist gleich 4. Also nochmal so zum Einstieg in das Thema, zum Wiederholen des Themas. Kurz und knackig. Variable, Term, Gleichung. Danke, dass du reingeschaut hast. Du weißt Bescheid. Daumen hoch, Abo da lassen, Kommentar schreiben, wieder reinschauen, gesund bleiben. Das war es von den Ernst Nags. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017